Musik In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. Der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu und oben drüber schneit es. Puh, sie rücken zusammen, dicht an dicht. So warm wie der Hans hat es niemand nicht. Sie hören alle drei, ihr Herz leint gepocht. Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch. Und das hier ist ein Geschenk von der Mewo Kunsthalle. Und das hier ist ein Geschenk von der Mewo Kunsthalle. Und das hier ist ein Geschenk von der Mewo Kunsthalle. Und das hier ist ein Geschenk von der Mewo Kunsthalle. Und das hier ist ein Geschenk von der Mewo Kunsthalle. Und das hier ist ein Geschenk von der Mewo Kunsthalle. Vielen Dank.